Der Zensturiker also, der die Wiederwirklichmachung des Realen ins Wie einführt, das war's, das Vergessene ins Wie wieder einführt und all die selbstvergeudenden, sich selbstvergessen machenden Alltagsroutinen nur belächelnd beobachtet. Er kennt zwar diesen Beschleunigungsaspekt der Verlustwiederholungen, der Afanesis, des Verschwindens, des Tödlichen, aber er gelangt noch lange nicht so weit wie ins Aufwachen des Buddhas, der nicht mehr vorwärts und rückwärts konnte angesichts der inneren Form dieses Brustkorbs mit den ausgeschälten Rippen und spannten des Körpers der Boote und sonstiger schwimm- und reproduktionsfähiger Bottiche. Verwärts